Sie suchen ein komfortables Auto mit genug Platz für die ganze Familie, aber trotzdem mit geringem Kraftstoffverbrauch? Dann könnte dieser Hyundai genau das sein, was Sie suchen. Im Interieur finden Sie eine Klimaautomatik, einen Regensensor und einen Bordcomputer. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt.